Musik Hey Benni, wie viel Uhr ist es? Wie lange Zeit? Juhu! Der Bagger von Benni. Ja, wir sind hier gerade im Bauhaus und kaufen ein schöne Materialien. Eine neue Dusche made in Germany. Die Wanne für den Mann, der schon alles hat. Und noch alles will. Ja, Mensch, ich geh auf, weil ich es verbauen war. Und? Ich bin für den Bau gebaut. Für den Bau gebaut. Siehst du? Viele Leute fragen mich über Marius, isst du viel Zucker? Und du sagst... Nein. Hupf! Und du sagst... Hupf! Nein. Benjamin, isst du viel Zucker? Ach, jetzt check ich es erst. Benni, kannst du mich bitte mit einer historischen Person vergleichen? Napoleon Komplex. Eigentlich hat er mir ausgemacht, dass er Jesus sagt. Jesus. Ja, auf jeden Fall. Danke, Benni. Ach, ich doch. Benjamin, zeig mir doch mal unser schönes Mittenwald hier. Erzähl mal was von Mittenwald. Also, Mittenwald hat eine sehr lange Geschichte. Mhm. Weil... Gibt es hier auch einen Döner-Kebabladen? Hier gibt es auch einen Döner-Kebabladen. Das ist richtig klasse. Es ist der älteste Döner-Kebabladen in Mittenwald. Außerhalb Bayerns oder Münchens. Also Mittenwald. Freestyle! Check those rims! Freude und Familie weckern immer alle, dass ich so raue, dicke Hände habe. Vergegen werde ich jetzt vorgehen. Ich reise einfach die Ecke. Hey, Benni, willst du auch mal? Ach, schuldigung. Ist ja wie beim Thai hier, ne? Oh, da ist ja lange keine Pflege mit über gewesen, Benjamin. Ja, das war's auch schon wieder mit meinen Beauty-Tipps. Viel Spaß euch. Ich muss erwähnen, dass jede Szene hier durchgeführt wurde von spontanen und professionellen Stuntmans. Viel Spaß beim Nicht-Nachmachen. Benni, wie viel los ist? Es ist Party-Time. Party-Zeit. Party-Zeit. Benni öffnet den Sekt, der im Keller gefunden wurde. Aber nicht in meine Richtung. Pass auf! Ui! Charme-Party! Mittenwald ist so schön. Mittenwald ist ein so schönes, verträumtes Örtchen. Da kann man wirklich Spaß haben. Haben die auch Pizza in der Box? Nein, nur Kaffee in der Box. Wow, Hände. Und ein Maxi-Boot. Das ist ein Maxi-Boot, Benni. Das ist ein Maxi-Boot. Das ist ein Maxi-Boot. Ich glaube, ich komme, indem wir das zu Taufe, wenn das Boot zu Wasser gelassen wird hier. Okay. Lass rein, mein Lieber. Und? Lass senken, auf geht's. Ich bin eingefleischter Zug-Fan seit Tag 1. Luftkurort Mittenwald, wunderschön weiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Benni, kannst du noch nicht so holprig fahren? Okay, Entschuldigung. Servus, tschau. Servus, tschau. Servus, tschau. Servus, tschau.